Willkommen zurück zu Let's Play Dammit Dash Aki würde jetzt die Zeit wirklich bleiben kommen aber Die zeigen stattdessen unsere Wichser-Sipcom und Ne Das muss ich mir nicht antun Es ist wirklich eine Wichser-Sipcom Aber auf jeden Fall wieder scheiß da ist Bullshit Das ist ein richtiger Freund Es ist immer so wie Schlager und Schlager und Schnulzenhasse Hast du auch Sitcoms? Ach, Werbung war es ja Schlager und Werbung kann ich ohne Leiden den Teils Schauen wir mal so ein Signal Wenn man sich mit dem Arsch klemmt Dreck Diesen unreifen Bullshit Ja Das ist ein reifer Bullshit Leute Das ist ein reifer Bullshit Das ist ein reifer Bullshit Ich hatte ja schon durchgesagt Also es ist noch möglich Es ist noch möglich Kann man hier auch auswechseln wie das aussieht aber Der hat ja letztes Mal geklappt Der hat ja letztes Mal geklappt also Es muss gehen Ja Das geht ja bestimmt nicht mehr Probieren kann man es ja Aber das geht erstmal nicht Ne So Nehmen wir mal So Nehmen wir mal Sock mal weiter Meine konnte jetzt sauberbefehl nehmen Aber Wir sind ja nicht hier irgendwelchen Kämpfen verwickelt Da Da Der online Support ja ausgeschlossen ist Das übernames Wärmbas würde auch gern wissen wie das Gehört Wie ähm Oder YouTuberin Wollte auch rausfinden wie das geht Aber Hat er ja schon ein Shadow für mich gemacht Und ich kenn die Seiden noch gar nicht Dann musst du erst mal auf den Laden nachfügen Die haben wir dann wieder rausgefliegen Den Scherz hat natürlich schon da dran Und dran Dass es mir mit dem Spiel noch mal kommt und Ja Ich bin in der Höhenklinik bald Oso Ach ne da hab ich ja immer Ich bin die Arbeit immer richtig Ich bin die Arbeit immer noch gehabt Ich verliere schon Nenn die AWW-Regine sonst Höhenklinik Weil dann wie zufällig hier noch damals Du bist dann mal hier von AWO vs. ähm AWO vs. Na AWO vs. Salus Auf Springe gucken Das hätte die Noten Aber so über diese Klinik Ja Das hatte die Noten Ergibt die sie zu mir waren Nicht gerade Roman Auch nicht inhuman Aber Roman waren sie auch nicht Ja Naja Also die waren nicht inhuman Nicht human die waren einfach nur Assis Ja Sagen wir mal so Haben wir wie im Spiel direkt so handelt So kann man es sagen Ja Auf jeden Fall schönes Zeig Ja 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 Mit den schwarzen Küter Ich bestimmt nicht damit Mit hinten voran Nee Das mach ich nicht Das Viech kann in der Hölle schmoren Ja Soll da verricken So die Elende Sau in der Hölle Die ist bei mir auch nicht mehr bekommen Wieso immer so ein Wieso immer so ein Na gut Ich wieso wieder wie in der Tante dann bleibe Weil Ich mach halt in der Welt auch Zeugen Jehovas Und Ja Ja das mach ich Welt auch Zeugen Jehovas Ja Ja Tante Tante Vorhin schon richtig drauf über die Abzulästern Damit die Mr. Board Den Autobahn fahren Irgendwas Oder das So war das Irgendwann Aber Solcher Mr. Board Nee Ich hab mich ja eine geplant Aber die können sie vergessen Können sie echt wieder ausplanen Dann soll ich wieder Die Buchung ablehnen Und sagen Die kombinierte Kombination Schattel können sie sagen Ja 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 Die können sie sagen Kann ich mit Vormalschen Backenhaus bin Weil das nicht stimmt Aber Da soll ich mir Mr. Board Das muss ich mir nicht antun Keinsten Ich hasse diesen Köter Also der ist Ja Ist einfach nur krankhaft In der Fotze Ja Ja Entweder Ich geh in Therapie Oder entweder Ich bleib mir in der Tante Also das andere Mehr möglichkeiten Gibt's doch nicht Wenn sie mich zu ziehen Dann drüber gehen Mit Selbstmord Oder automatisch mitzuschätzen Also Welche Mittel habe ich hier vorne Ja Also ich geh mir den Suizidweg gehen Aber Das will nicht Von so einem Köter Da Meine Nerven Kaputt machen Denn ja Ohne Nerven krank sind Wie manche andere Dass er eine Mist der Boot Nicht uns wohl lassen hat Ja Ich sag nur so Ich wäre mitgekommen Wenn wir am Hotel Wer jagen werden Aber wir Die gehen in so ein Haus Und da sind wir mit dieser Drecksvieh Immer zusammen Und seitdem ich gesagt Nee Ich hatte vergessen Er gesagt Oder Mach ich nicht Ich freu mich lieber Auf die Welt sie ist hier ungehovas Ja Ja Das ist doch geil Die Welt ist hier ungehovas Ja Die ist doch schmatter Wo die Deppen erstmal ablästern wer will sie deppen erst mal erst mal ein ablachen jassen war die aus menschen machen so messi adressen zwei minuten machen xp sind wohl gute wohnen 200 2500 rot seele steine auf alles klar jetzt lassen wir es mal so ich kann doch mal gucken ob ja du bist in den top 5 ja wo denn ja schon so oft versucht er nicht geklappt man kann nicht ihr hier nicht anrücken kürzer die wahl ist auf gold ich weiß ja noch da muss ich auch die ganzen items nehmen um weiter zu kommen was geile preise leider ist das erst mal nicht möglich so eine quatschig noch ein bisschen teamkämpfer kann man sowieso nicht mal dafür für facebook brauchst ja turnier in einer stunde und es ist der ganze scheiß und so könnte man auch mal sammeln so eine medaillen man kann sich auch hier nach kornzimmer hier einfügen nein nein doch geht es was Untertitelung des ZDF für funk, 2017